Guck mal, wenn es super nötig ist. Und das haben wir dann Ende des Jahres überwarten. Viele Teile haben wir schon. Das ist so perfekt. Die Form haben wir aus Bollern, vom Hof am Hof. Bollern, das ist so schön, kann man erzählen. Da hat sich eine ganz tolle Freundschaft entwickelt. Wer da ein Gespräch mit an den PUL hat, den ist ja jetzt leider nicht mehr. Und es war so eine nette Prügung. Wir hatten, was er uns diese Form überlassen hat, wir hatten eine größere Kino geplant. Und er hatte dann jemanden gesucht, der ihm die Kino überlegt und dann raus auskauft hat. Ja, bitte, bitte. Ein, zwei, 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 drei, zwei, drei. Wir haben eine gute Kino bekommen von einer von EG in der Flamke. Einmal noch von einem anderen Link in der Freitland. Lecker, achtmal ein bisschen. Die Metallic ist tatsächlich auf der Basis von der Kleinen. Allerdings gibt es die Option, eine Kino langzubauen. Wir haben das aber jetzt nicht nur als Bausatz vorgesehen, sondern auch da, wie man eher gerne möchte. Ich habe das auch garantiert. Es gibt also eine vorgesehene Position für die Kino wieder. Und ums Abgasohr, das wäre dann was Mangel, das dann nach hinten rausführt, müsste man sich dann irgendwie in der Flamke kümmern. Am besten, die Flamke kümmern man dann einfach damit in der Flamke. Vorgesehen als Bausatz ist es bei Mario in Westfisch. Und es gibt ja bei der Kino verschiedene Regionen. Wir bieten erstmal die Reaktion an, wie wir nicht so viel Platz wie jetzt hier. Also Stefan, die Maschine, hat ein bisschen Korschläger weg. Vor allem bei der deutschen Version, die deutschen haben wir Kino eingekauft, sind die auch kleiner. Und die Lage ist etwas kurzer. Diese Version kann man umsetzen. Bei mir benutzt Röschleine, dass wir entwickelt sind Röschleine. Die kleine Sandpeter, die Kupinen. Da kann man was Garnisches draus machen. Im ganzen roten, finde ich trotzdem, die kleine noch mal richtig am Herd legen. Denn es ist der Hammer, was die Leute, was die Reaktion bekommen. Alle sagen, es ist ein Liebling, es ist traubar. Und es ist ein schönes Lied. Und es macht das viel Spaß. Also die ist, wir sind sehr froh, dass wir sie haben. Und damit haben die Leute schon ein bisschen, ja, heil gemacht. Und so ist es, natürlich so, dass auch einige sagen, wir wollen sie auch noch noch was größer machen. Und wir können jetzt dann Ende des Jahres nachkommen. Stefan ist übertäuschert, Knobmann. Also er hat auch gut bei der Entwicklung geholfen. Er ist voll groß. Und gerade auch mit dem Know-how, das wir hier jetzt gemacht haben, über die lange, lange Zeit, ist auch sehr viel wichtig, um jedes Mal da rauszukommen. Also mittlerweile ist auch so, wir haben ja keinen Platz, eigentlich nur für gute Buchnahmen oder Festzügel, die doch eine Erlaubnis gehabt. Das hat sich ja rechtlich alles gebracht. Ich mag es ja ändern, das ist jetzt der Super-Each hier. Aber es ist einfach so wichtig, wie das zeigt, dass wir den Alleingang von Bayern, dass wir in der Alleinsertutung haben und da eigentlich machen können, was wir wollen, wenn wir so Kompetenz nachweist haben, dann anders. Aber bei uns ist es mittlerweile so, dass diese Landwirtschaft im Betrieb nicht funktioniert und fällt auch nicht unter. Ich glaube, seit 15 Jahren sind ich glaube, das gefallen, wenn die das festen. Also irgendwie wissen wir so langsam, was da tun müssen, um einen Bausatz für ein bisschen. Und so, so da ist, dass ich von Stefan, der als Wachle Kleidung wie immer da auch dabei ist und der sich dann wieder einstückt. Ja. Und natürlich auch ein Rückenstand der Kleidung, das 3S-I, das kommen wir, das können wir an Zinnokutzen verkaufen, aber nur in Verbindung mit der Zinnokutze. Das ist auch sehr praktisch und so nicht mehr. Es gibt natürlich die 3S-I, das sind jetzt 8G. Aber bei uns, bei Überradio, kann man den 3S-I bekommen und der ist voraussetzung, wenn man dann so viel zufällig wird. Das haben wir nicht nur an 3S-I. Ja, ich denke, ich wollte, aber das kann ich nicht mehr. Ich sollte nicht mehr und dann gerne auch gehen. Ja, das macht ein ganz schön. Das hat die die der 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 Rohr, was man da sieht, ist im Original die Sonde zur Luftbetankung, das heißt, der Luftrauber kann in der Luft von einem Panschrückzeug aufgetankt werden, im Original. Dann hat er rechts die Rettungshinde und natürlich alle Arten von Antennen im Original auch hat, ob wir ein Modell nachgebildet. Aus der linken Seite sehen wir das sieht aus wie ein, ja, fast schon bitterförmiges Gerüst, die sogenannte H1-Antenne, also die Pump-Antenne beispielsweise. Dann die Beleuchtung der Bildungsformel, die beiden Landeshahnwürcher unter der Nase im Linken abwachsen. Da hat man, der Stefan hat mehr der KB hinterherrum, dass im Original, wenn dieser Hubschrauber zur Rettung von beispielsweise abgeschossenen Standspiloten in Einsatz ist, und die dann sozusagen entdeckt hat am Boden, dann fängt er an, vorne mit den beiden Standswerfern zu trinken. Das ist das Zeichen für den abgeschossenen Piloten, dass Rettung nach dieser Hubschrauber hier entdeckt hat. Also auch ordinal betreue, nach dem Rettung hier beim Modell. Auch hier bedanken wir uns nochmal, das Titelpunkt gibt es nochmal. Ich denke jetzt, das Verlandung. Ich mache hier, das Torste, total wenn der Spass-Lattung schon mal geht. Ja, das είναι das Bild augebet. Ja, jetzt kommt es in der Zeit, wenn wir den Optik-Lattungen aus. Ja, genau, ja. Ja, klar. Ja, klar. Danke für die tolle Vorführung, trotz der ersten Winde genommen, super gemacht, toller Flug. Live, live, live. Okay, we broke out time.